willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem toto torsen torsen toto toto also ganz ganz kurz einfach nur toto und ihr habt im titel schon gesehen wir wollen heute einmal battle pass bitte und ich habe ja nur einen einzigen charakter der überhaupt den golden battle pass das der arbeiter hier mein radhaus 11 und mit dem würde ich das heute echt mal gerne mal gerne durchspielen und ich hätte fast gesagt zeit ist geld aber auch hier habe ich ja schon so ein bisschen gemacht also wir können so ein paar punkte machen spenden wir können ein bisschen reinhauen hier im nachtdorf vor allen dingen da habe ich jetzt ein bisschen darauf gewartet dass wir hier wenigstens den einstern den ein den den einstern wer es nicht sehen will weggucken oder skippen ich schreibe jetzt die uhrzeit nicht nicht in die beschreibung rein wann ihr diesen wann ihr das hier skippen könnt aber der hatte in der mitte und loch alter falter was hat er da bombe 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 ok das können wir so machen dann können wir hier rein und eins zwei drei vier schöne aufgeräumte basen ja alles hier hier hinten da können sich schon mal meine barbaren richtig schön benügen und an der seite habe haben wir natürlich dass das ist schon ein rathaus oder ein bilder hall 8 so muss ich sagen und jetzt gucken wir mal das war hier es gibt ja nicht so wirklich den beschuss gerade für meine maschine und die geht noch ganz gut durch die tank noch ganz gut vor allen dingen vor den ganzen kannon hier denn dass das monster also der der multi der multi werfer da der ist schon mal weg denn der ist eigentlich tödlich für die kanonen wenn die nix vor sich haben einmal kann ich sie noch zu geil einmal konnte ich jetzt noch zünden dann wird schon immer ein bisschen eng und jetzt aber die kanonen und die doppelkanonen denke ich mal die schaffen meine kampfmaschine jetzt meint er ich kann noch mal zünden okay die kann ich noch mal zünden und jetzt gehen natürlich aber ich habe noch ein paar kanonen am start die noch fahren können oder haben alle schon ein fahrgestellproblem an ihr da unten sind noch zwei die haben noch kein fahrgestellproblem hier aber kanone schon mal weg die fahren beide noch donnerwetter kommt noch die doppelbombe hier finde ich nach wie vor ist die stärkste defensive hier und dann sind das hier 100 prozent für den toto sehr cool gleich 100 prozent gemacht geil das klappt ja klappt ja gut das klappt ja super und dann haben wir das auch schon mal im sack also die ersten 20 punkte so viel fehlt mir nicht mehr also noch einen normalen angriff hier ein paar truppen spenden truppen spenden apropos spenden ich habe mal so ein bisschen was komisches aufgebaut für euch habe nicht mal ein pecker smash am start mal sehen ob der auf ratos 11 irgendwas wird hier so genau ich habe mir die taktik jetzt erstmal kurz mal angeguckt vor der bitte so ich habe mir die taktik nämlich kurz mal angeschaut und weiß noch gar nicht so genau wie die geht aber ich glaube wir suchen uns jetzt erst mal erst erst mal gegner ist gut also ich muss nicht lange suchen in der liga wo ich so ein bisschen rumeier hier mit dem account denn ich fahre mir im moment echt gut ich komme richtig gut mit dem mit dem rathaus 11 voran muss ich sagen ohne dass ich jetzt hier stundenlang clash of cleanse suchte das kommt noch dazu meine bauarbeiter sind alle immer gut beschäftigt und so viel dunkles für uns und so schön ausgebrennt ach komm leute den nehmen wir mal mit der ist der der ist ja so richtig schön ausgebrannt und das sind mir okay okay da musste jetzt gerade ein gebäude hinter der mauer sein das war jetzt glaube ich dann da die bauhüte dann nehmen wir die erst mal mit hier wir brauchen ja nur ein stern hier um die paar punkte hier rein zu heimseln und nehme jetzt da da und da noch mal so ein bisschen ihr könnt gerne in die kommentare schreiben ob ihr auch schon fertig seid mit dem battle pass aber ich habe schon gelesen einige sind fertig habe schon auf discord gesehen und ich habe auch schon einige besucht die da die den pass denn haben natürlich natürlich neidvolle blicke von mir habt ihr den pass schon ja tolle wurst ich noch nicht ja okay aber ich werde ihn bald auch haben beziehungsweise ich werde ihn bald fertig haben so muss man es ja sagen 5000 dunkles wo schlummern die denn rum wo hat denn die ganzen bohrer hier hinten auf der ecke oh hier hinten auf der ecke okay da können wir jetzt reingehen ich glaube der rest hier außen ist schon mal eingesammelt und dann können wir hier jetzt mal mit unseren truppen reingehen 1 2 3 nachkommen gehen die da durch die drei mauerrecher 1 2 3 noch mal dahinter her das sieht gut aus klingt nicht auf abwägen mit seinem alten skin noch ich hoffe wir sehen heute noch den neuen das wäre echt super würde mich auf jeden fall freuen und kommt leute hier könnte springen ihr könnt ihr springen was habe ich in der kleinen burg hoggies geile sache die nehmen wir auch ist alles nicht so schlimm alter was habe ich denn hier was habe ich hier geht es denn noch wie viel wie viel fries habe hier habe ich hier gerade mit scheiße donnerwetter das war jetzt mal richtig fries würde ich mal so sagen und aber da ist der dunkle pot kriegen wir den wohl noch mal der ist in dem compartment wo der inferno jetzt ist den kriegen wir in jedem fall noch und irgendwann ja wir kriegen den dunklen pot auch noch zack die queen schnappt sich das ding und 700 600 500 400 300 200 100 alles meins naja 112 verstecken die eine alle der ist jetzt auf null okay dann können wir den noch abbrechen zwei sterne haben wir gemacht noch ein bisschen lohnt ein bisschen cooles dunkles ich habe jetzt zwei moment kein bauarbeiter frei ein bisschen was geht noch in die klanburg rein aber fordert bitte herr toll dem kommt mal wieder keiner nach dann fordere ich halt ist egal dann fordere ich halt und jetzt sind wir den ganzen ganz kleines stück näher gekommen 2240 eine mauer müssen wir nur machen für 400 für 400 eine mauer für 400 ne für 200 eine mauer jawohl 200 punkte noch mal dabei sehr krass alter der zählt richtig hoch 2440 wo sind wir jetzt hier wir sind jetzt schon bei der bigger season bank ja ganz ganz bin ich noch nicht durch 25 mille gehen hier rein das ist also ich muss sagen auch wenn ich den pass eigentlich nicht mag ist schon nett ist schon nett ehrlich leute wenn ihr mal taschengeld von oma oder so bekommt oder ihr könnt mal fünf euro abzwacken ich glaube lieber eine schachtel kippen weniger und dafür den battle pass hier bei clash of clans ist die bessere investition vor allen dingen was die zeit angeht denn angenommen ihr kauft euch eine schachtel zerretten für fünf euro die gibt es ja schon gar nicht mehr für fünf euro die ist ja schon teurer dann kommt ihr damit vielleicht zwei drei tage hin und battle pass habt ihr 30 tage etwas also einen ganzen vollen monat umrechnungs mäßig ist das schon ist das schon richtig richtig krass muss ich mal so sagen wir haben jetzt schon truppen ich will auch nachbauen die train ich mal eben nach oder jemand fordert jetzt endlich naja wir müssen noch kriegsbasis füllen das stimmt wir müssen ein paar kriegsbasis hier füllen mit 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 bogies denn aktuell sind wir natürlich im klarkrieg bei den herausforderungen läuft da auch ganz gut muss ich sagen zwei zwölfer mal hier oben das auch eher selten sonst haben wir immer nur den tenter aber der spritzer ist hier mit reingekommen und ich denke mal ist ein stabiler klarkrieg gegen level 14 klar da müssen wir uns nicht verstecken nb ist hier der kleinste neuner und der gegner hat auch neuner hier unten also das schon mal ganz cool auf augenhöhe hier ich glaube das wird eine ganz ganz spannende kiste hier und was ich euch aber fragen wollte wir haben ja jetzt ihr seht ja die folge am donnerstag ich drehe sie jetzt vorm stream am mittwoch noch ab also direkt danach wenn ich hier eigentlich so offline gehe dann gehe ich direkt online mit meiner tool und mache so ein bisschen clash of clans dann für euch live auf twitch tv mal sehen wie es wird aber eigentlich ist so eine frage was machen wir über ostern auch so ein bisschen was so stream mäßig gerade so ein karfreitag der isser also wir sind ostern immer unterwegs wetter wird ja toll also ich kann euch nur empfehlen leute nutzt das wetter nutzt die schöne frische luft dann werdet ihr auch so schön braun und nicht rot wie ich aber abends denke ich mal wenn dann so ein bisschen alle alle so ein bisschen runter kommen dann schöner freitag stream oder so kann kann ich mir echt gut vorstellen freitag samstag sonntag montag müssen wir mal gucken wie war lust und laune haben also ich habe unheimlich bock muss ich sagen vor allen dingen weil ich noch so unendlich viel zu tun habe ich bin in vielen cks mit dabei ich suche mit dem schief barfuß clan und 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 also ich habe richtig richtig zu schaffen aber ich will jetzt mal sehen das war dass ich noch eine spende reinkriege beziehungsweise noch mal eben was verspenden kann deswegen logge ich kurz mal einen anderen charakter ein und dann spende ich immer ein paar truppen ja jetzt fordert er die luft ok jetzt fordert die luft aber ab und zu muss ich sagen nehme ich nehme ich auch genau das hier und gift will er haben ok alles klar jetzt habe ich zumindest meine tat das ist ja auch nicht schlecht ja habe ich auch ganz manchmal verkenne ich es dass ich ja auch für ihn gerne mal so ein bisschen was raushauen kann dafür sind die dinger er da und 2460 ein bisschen müssen wir noch tun wo können wir denn eigentlich noch ein bisschen was an nachtdorf möchte ich euch nicht unbedingt antun muss ich mal so sagen und dann zerstören wir dann zerstören wir lieber noch so ein paar mauern und so ein paar davon das ding hier sechs mille ok wir können aber schon mal claim die bigger season bank geile sache ok 25 mille passen hier rein das ist jetzt das maximum aber ich denke die die sich den pass gekauft haben haben das auch erreicht dunkles geht noch rein elex geht noch rein 13 tage zeit geiler scheiß alter walter es ist es ist schon nett es ist schon nett kann man ich habe es jetzt im laufe der der woche auch gesehen und ja man kann sich man man kann sich den battle pass dann schon schon ganz schön antun ja tolle wurst da freust du dich dass du hier einmal richtig gewinnt dann kommt hier ein unentschieden raus aber ihr kennt das glaube ich ich glaube ihr kennt das ist ja meistens so ne egal was du machst der gegner macht es auch oder so keine ahnung aber wir müssen noch hier diese beiden stempel hier machen also die crusher und ich kann mir gut vorstellen dass wir die dass wir hier zwei crusher mehr bekommen also ich ja ich weiß ich das ist jetzt nachtdorf leute es ist ja nicht so schlimm es ist ja nicht so schlimm es geht ja im in erster linie geht es ja um den pass und da gehört leider das nachtdorf mittlerweile ja stark mit dazu so muss man es ja sagen und dann wollen wir uns dem auch nicht nicht wehren wir müssen einfach so ein bisschen am ball bleiben auch ich muss immer ein bisschen am ball bleiben auch wenn ich es nicht ganz so gerne mache aber ich meine so eine nachtdorf und die ist auch immer schnell weg und na da seht ihr das mit dem mit dem werfer ist das schon kleines problem meine maschine schafft jetzt noch was alle alle truppen hier versammelt jawohl hier rollt alles rein also ich muss sagen die kanonen sind sind richtig krasse truppe ich habe schon sehr sehr lange nicht mehr überhaupt mit anderen truppen angegriffen als so ein bisschen mit mit riesen mit also kanonen habe ich immer dabei mache fast nichts im mit luft da hat es gerade gebimmelt der ist es gerade online gegangen okay das gerade ein bisschen gebimmelt und aber wieder zwei sterne und vor allen dingen zwei für unseren kleinen erfolg hier seht das wir haben noch noch vier stück näher vier stück noch sechs stück davon das hole ich in jedem fall rein und eben hatte ich mein king nicht dabei aber ich hätte mich wieder in den arsch treten können king nicht dabei gehabt dicke fette base gehabt so einen nämlich erster klick hier geiler scheiß ich sage jetzt ich sage mal häufig geiler scheiß aber ich finde es auch wirklich geil ich finde es auch wirklich wirklich cool und dann gucken wir mal was wir hier wie hier so angeblich so ein packer smash geht 1 2 3 4 so vielleicht sollte man doch noch so den ein oder anderen ballon mitnehmen nicht dass es einen gleich die heiler zerreißt würde ich jetzt mal so sagen und damit das so ein bisschen realistisch auch klingt nehmen wir natürlich auch unsere karre mit rein das ist ja schon rad aus elf hier so ist es ja nicht ist ja jetzt nicht so dass das nichts ist na jetzt muss ich aber erstmal gucken wie wohl die queen so ein bisschen weiter geht wenn jetzt gleich die kanone macht ich glaube elex sammler und luftabwehr sind gleich weit weg aber die müsste jetzt eigentlich richtung edelungsländer gehen das macht sie auch okay dann können wir glaube ich hier reingehen mit unseren vor allen dingen mit mit unseren packers ich weiß riesen gehören da eigentlich glaube ich nicht mit zu ist aber nicht so schlimm karre mit rein hier worden steht auf boden perfekt und dann schauen wir mal wie das hier rein geht ja das das ist immer bei mir wenn ich wenn ich so ein bisschen rein scrollen dann kommt das immer das keine oder alle truppen gesetzt sind im moment aber mal sehen wie das hier jetzt reingeht queen muss ich jetzt leider schon zünden hier hinten sollen die mal rüber springen hier können wir die noch mal ein bisschen durchheilen in der mitte jawohl die kriegen ganz gut beschuss ich habe noch ein oder wieso habe ich denn zwei wut dabei zwei gift dabei okay dann nehmen wir hier mindestens ein für den king und ein für die seite hier jawohl das sieht ganz gut aus und hier vielleicht noch mal gesprungen leute ja 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 gar nicht mal so schlecht und das an der maus ja gar nicht mal so schlecht am tablet noch mal ein bisschen eleganter aber sehr sehr cool okay base war jetzt ja base war mal wieder nicht max out heißt es dann heute wieder in den kommentaren ja 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 aber was willst du machen er war arm er war klein und braucht den loot so ist das dann leider und letztendlich ging es mir ja nur so ein bisschen um die um die taktik um nichts anderes also es ging mir nur so ein bisschen darum das einfach mal gemacht zu haben mal geübt zu haben auch dafür ist immer so ein bisschen hatte ich die tage schon mal gesagt sind ja eigentlich die die games ganz gut die herausforderung ganz gut also irgendwie kannst du dann mal mit 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 seiner truppe üben so einfach so habe ich noch nie gemacht aber jetzt mache ich es mal ja also so unmögliche dinge es gibt ja viele zum beispiel die können so wie der so wie der ollie die können überhaupt nicht mit hockrider sie können gar nicht mit hockrider auf ratus level 12 und da kann man natürlich super bei solchen sachen hier mal so ein bisschen üben einfach mal ein bisschen was riskieren auch und deswegen glaube ich haben wir den loot hier ganz gut rein geholt ich requeste noch mal ich bodenwut karre selbe truppe machen wir noch mal die ist zwar jetzt ein bisschen teurer aber wir haben ja jetzt eben schon ein mäuer können gemacht labor läuft auch noch da läuft auch demnächst eine dunkle truppe wieder drin muss ich mal gucken ich habe ich habe es gibt im moment kein heldenbuch auf das ist das denn vier bruder von wipp wer ist denn wipp den kennen ja noch gar nicht wer ist wipp manche kenne ich ja auch nicht manche kenne ich ja auch nicht aber wipp 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 wo bist du ach da ist er okay der wipp hier ein rathaus 12 auch donnerwetter wir haben ja 3 12 oder 4 alter dankeschön und machen wir aber mal wieder ich glaube ich hatte ja im nachthof auch die glocke an da ist der held auch wieder fertig ja das ist jetzt komplett am stück geht und ich krieg die vollmeise gewinne überhaupt nicht man das ist ja nicht schlecht dass ich hier wenigstens 53 prozent hole cool ist dass der auch wieder beide krascher hier auf der seite hat ich will ja nur die krascher haben mehr nicht mehr will ich gar nicht haben okay ich würde natürlich dann auf hohem niveau dass ich sage jetzt verliere ich immer 12 dahinter und 12 mauerbrecher denn die muss ich auch so ein bisschen haben dann nehmen wir hier mal den ganzen kladderadatsche mit da ist keine falle drin das ist ganz gut da ist noch keine falle drin und 123 ich versuche die immer so ein bisschen aufzuteilen fahren dann ja doch irgendwann mal zusammen die die karren hier und aber da haben wir schon mal 8 toll jetzt habe ich da in die falle rein okay aber ich habe wieder alle karren hier in der mitte das ist echt krass und ich nehme hier noch die zweite karre für die kanone hier kkkk ich sage ja okay bilder baumaschine ist jetzt schon mal weg baumaschine heißt die heißt ja nicht die große maschine wie schon ist schon mal weg und jetzt gucken wir mal da ja 64 prozent wieder zwei stück wieder dazu gewonnen also auch das ist ganz krass okay der wird jetzt gleich noch weg fliegen zwei wieder dabei bekommen wie sieht es aus mit dem pass 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 wieder vor 100 dankeschön 100 verloren da brauchen wir noch vier und wir brauchen noch so ein paar zerstörte mauerstücke schafft man jeden fall schafft man jeden fall in dieser folge denke ich mal fett unheimlich fett hier ja wir brauchen auf jeden fall noch ein paar mauern und ihr wisst ja ich bin ja immer mauerbrecher mäßig immer gut zu fuß und schau mal schau mal 1234 ich habe jetzt alles in sack rein die sollen jetzt mal richtig viele mauern aufmachen die jungs und mädels hier karre mit rein helden auch mit rein na klar und dann geht das hier los mit den kobe von zwei seiten hier hier kann auch dass das ist noch eine base die ist mal so richtig offline ihr seht das vielleicht die hat noch die geschenke das ist ja richtig cool die hat noch die geschenke vom santa spell hier herum liegen also die ist schon ein bisschen länger offline glaube ich zumindest und den nehmen wir mal hier in wut rein alter die karre die karre fällt wieder ganz ganz genüsslich durch so eine base durch hier ist immer noch fertig oder immer noch da und oh wir haben wir haben kleinen erfolg wir haben einen kleinen erfolg zu feiern donnerwetter jetzt kann ich ja richtig richtig viele erfolge gleich feiern das freut mich natürlich enorm und kommt mädels springt da hinten noch mal rüber dann kriegen wir hier auch den rest vom schützen fest und wieder mal ja tolle wurst wieder mal vier alter wieso habe ich so viele frieses dabei ach so ich habe eben nur nachgebaut okay das ist erklärbar dann ist das erklärbar wieso geht der kinder über die mauer wenn man da vorne springen kann okay die mauer war schon die mauer war schon down und dann haben wir jetzt noch mal noch ein fries und noch ein fries aber reichlich dabei richtig cooles ding und ich glaube das ist jetzt aber wirklich gewesen mit mit dem pass hier ich habe jetzt ein bisschen reingeballert das nachtdorf habe ich ohne euch gespielt ich glaube das ist nicht so schlimm und da habe ich immer immer nur darauf geachtet dass ich immer zwei von denen von den crashern bekomme die habe ich nämlich jetzt schon fertig gemacht und ich glaube mit dem hier das müssten eigentlich die mauern gewesen sein jetzt erst mal ein erfolg also leute jetzt haben wir richtig was zu feiern donnerwetter jetzt haben wir richtig was zu feiern aber ein zwei jetzt jetzt nehme ich sie mal weg jetzt nämlich doch mal ein halber mit also cooles ding jetzt haben wir mal richtig was abzufeiern was haben wir hier geschafft den erfolg 200 adler art art allerien 300 gems jawohl das läuft schon mal battle pass fertig 2620 ich habe den reward hier wie viel kann ich jetzt abholen das dunkle kann ich nicht mal claim hier das heldenbuch das nehme ich natürlich und wir nehmen den skin hier wir haben den gladiator skin entlockt jetzt müssen wir nur noch feststellen wie können wir den wechseln ja wie können wir da change 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 skin ok sieht schon gut aus oder im moment sind es ja nur zwei aber ich denke mal hier unten werden es noch mehr punkte werden richtig richtig krasses teil also ich freue mich auf jeden fall dass ich den jetzt habe ich selekte den natürlich auch damit er nachher im klankrieg richtig böse aussieht und wir haben ein heldenbuch 197.000 meine klanburg auch ich wollte gerade sagen auch gut befüllt natürlich nicht befüllt aber wir haben so ein bisschen kleingeld für den helden hier der held heißt sie übrigens der king mit seiner neuen maske machen wir auch gleich weiter und ich würde sagen wir finishen ihn sofort dafür haben wir das buch der helden donnerwetter jetzt kann ich auch hier von der timeline das ganze endlich abholen hier also klären wir hier noch mal wir klären hier noch mal einige wort haben wir noch das habe ich noch habe ich hier irgendwas habe ich jetzt nicht gefunden ach hier der trainingsboost ok der trainingsboost noch mal donnerwetter also wir haben die timeline hier durch ich hoffe das ganze hat euch noch ein bisschen gefallen 13 tage hätten wir noch zeit aber das ding hier ist jetzt erst mal im sack und kann man hier jetzt noch ja man kann sogar noch mehr punkte rein spielen mal sehen was dafür gibt keine ahnung vermutlich nichts und die nächsten spiele stehen auch schon an richtig richtig krasse bei clash of clans die nächsten klagen sind schon angekündigt 13 tage die zeit vergeht wie im flug ich hoffe die folge hat euch gefallen ich gehe jetzt direkt nach dieser folge hier in den livestream also schreibt mir ruhig in die kommentare rein ob ich mich auf 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 den plattformen dann auch über die feiertage einfach mal ein bisschen blicken lasse und feiert den pass so wie ich es gemacht habe und so wie ich es auch machen werde und wie gesagt gibt die fünf hohe glaube ich ruhig dafür aus wenn ihr sie mal überhaupt es ist geiler scheiße bis dahin euer tuto flest